Ich brauche... Ach cool, Redstone-Blocke. Sehr geil. Alles da oben. Glas... Punk! Ah... Chill. Was sind Canola-Seeds? Und warum haben wir so viele... Brauchen wir später dafür. Das brauchen wir. Für... Die nächste Erweiterung. Von dem... Vielleicht hast du zum Beispiel ein bisschen Glas dabei? Für die... Gear-Maschinen. Nee, leider nicht. Wie viel Glas brauchst du? Äh... 4. Äh... Muss mal irgendwo rumgucken. Ah, ich hab ne Kiste gefunden. Das drin nehm ich mir einfach raus. Und ich mach grad Gas. Ah, ne ich hab... Hubs-Gas? Hubs-Gas? Hubs-Gas. Hubs-Gas. Hubs-Gas? Oh, ist mir warm ey. Hubs-Gas-Gas? Hubs-Gas? Hubs-Gas? Hubs-Gas. Hubs-Gas? Hubs-Gas? Hubs-Gas. ja ich weiß ich will das auch m die die haus ihre für die in den war geschinth Ge-Sterben mei ich nicht. Mei ich nicht. Fledermaus. Wir müssen sie unten auch im Keller weitermachen. Blablablabla. Magic. Das hatte ich auch geschrieben. Diesen fetten Orb, wo man ganz viel Blut speichern kann. Und diesen Grow. Und diesen Grow Siegel. Ist klar. Citrall. Äh. Citrall Citrall. 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 Citrall Citrall. Citrall Citrall. Oh, gibt mir das hier schon noch einen Keks. Fuuuuum. Baaaaaah. Baaaah. Was denn? Ich haut dich gleich. Du mir ja auch. Haben wir nicht irgendwo ein Inva hinget? Klar. In einer Smeltuys Inva. Nee, ich hab welche gefunden. in der cemetery haben wir welche drin, weil ich letztens welche brauchte ja wie viel ist da drin? für die sale oooohh keine ahnung, guck paar sticks muss schon ein bisschen mehr drin sein hast du das glas jetzt hier vorne rausgenommen bei mir aus der truhe oder was? ja hab ich oh hast du viel hä? ich hab nur vier rausgenommen fünf? da sind da? ach da sind auch noch welche ich hab mich schon gewundert ich hab hier so ne Sortierung ne, die ist ganz gut also gar keine so ne Brotstoffsortierung immer rein damit immer rein 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 immer rein damit ach jetzt hab ich keine Wolle in der Hand Wolle, 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 Wolle kaufen weil trotzdem das der Zaun da mal so rum spackt ne ist aber normal, irgendwie komischerweise und weil der Zaun macht, will ja helfen so hm ich kann es ja zu dir das ist ja fertig habe ich nie gewollt sondern ein kleines pony ich wollte mein pferd haben du die käse ich nehme den hinteren teil vom pferd ok nein wir teilen das gerecht und schreien es einfach so so anders mit ich ne so eine wirbelsäule entlang ja das ist ja ganz wenig flyer unterlaufen kannst du die ganzen gedärme bei dir einfach rüberschieben jetzt habe ich kein öffner warum habe ich kein öffner folge der flash man das ist schon wieder nicht mit dem usb stick aua ich glaube ich habe mehr schaden gekriegt als du so ich brauche mich gerade mal wieder in die zäune ein hm der ding hat keine blumen mehr kein bock ich mal vertrage warum nimmt er denn die hier nicht nimm da auf die kack blumen hier behindert das ist die behindert aber wie immer normale blumen da oben wieder centos ach nee bin in der hölle na hat die zäune setzen naja wie transportiert man noch mal mit einer weston cell oder so das das kabel Nö. Let Redstone are using. Oh, der kann auch die Leadstone nehmen. Ich hab jetzt hier was besseres. Die Zünd-Energy-Kongruid. Oh, lecker. Braucht doch eine. Pack dir welche, bau dir welche. Ach, laber nicht. Ich laber nicht. Oh nein, das ist das Tastewechsel, egal. Mh. Solar Genuate. Wo ist er denn? Da ein Ofen. Und ein Diablock. Ein Ofen und ein Diablock. Da geht's wenigstens bis ab. Hm, hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Nee, kann ich später auch weitermachen. Soll man so ne fette Magical Copsfarmer bauen? Ah, jetzt weiß ja nicht warum wir uns nicht gehört haben, oder ich euch nicht. Warte noch mal ein bisschen Kobalt in die Smildery Smildery Das ist der Kratz Dann hab ich jetzt die Kack Kack dir 1, 2, fertig, komm 4, 5, 6 6? Wie, aber nicht mit dir Bäh Hä Ich hab in ner Folge von dir gesehen wie du diese einen Plates machst, diese Eisenplates und so, mach das mit nem Hammer, ist günstiger Ja, aber YOLO Wayne, YOLO Oder klar Echt Ich hab das Geld Die Nutten und das Geld Die, ähm, wo sind sie denn? Längst du vor Ah Ah Seeds Diamantos Seeds Extreme Boy erstmal Äh, hier ist der 1, Car Storage irgendwie 3 Das ist schon mal super, dass du mir Dinger gebracht hast, weil jetzt werden die verbraucht Ach, kein Problem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Meinst du? Ohhhh Das wird noch nicht reichen Äh, ist mir warm, meine Güte, ey Ach Hands-Off-Center Also das ME-System steht Sei strong Muss nur noch ein paar Storage Dinger bauen und dann mach ich wireless Musst du Mach weh in den Strom Hab ich nicht noch 64 davon Wir brauchen noch mehr von diesen komischen Weak Essence Oder von den Essence Kacke Ähm, ja, genau Ich hab voll wenig Scheint ihr euch eigentlich nicht? Was denn? Um einmal rumzurülpsen hier, ihr Schweine Oh du bist so behindert, ne? Ja Du warum der raum sollte größer werden und nicht dass du da einfach an die wand klatscht vor allem hat er das an den blast furnace gesetzt das ist doch und der lava ist das ist doch ist noch boah wie teuer und trotzdem sollte der raum viel größer werden und nicht so kleinen kinderschein nein ich werde dinge noch mal umbauen unter den boden damit wireless also das soll so oder so größer werden hier deswegen auch einen datenraum weiß wie viel schrott danach er drin landet deswegen auch schon bei mir gefunden boah ich hab fünf stück aus einem bekommen best spitze ever strong extreme die erste da rum die ich freigegraben habe ich merke das einfach nicht den brauche ich welt ist voll scheiße ob sie eh das bedrock ist einfach alles auf derselben ebene ja schon gut ja ja das scheiße so lange selbst im fliegen bau der spitze und haste kristall so schnell ab alter man so um ich habe finde hast vier und plus haste nummer auf werkzeug drauf hat die anderen brauchen auch noch diese kristalle habe ich hier nicht drin habe ich denn jetzt haben wir mit drüben lab ist bei euch da unten drinnen ist lapis in dem gründer maschinen dingen da ist ganz viel lapis alter komm schon wir haben hier kein lapis oh wer hat hier wieder scheiße ausgeschmissen und ich habe es wieder mit dem magnet aufgesammelt mach mal dein magnet aus echt mal ich habe noch nicht ausgesprochen egal YOLO mir schmeißt du auch für das natürlich wieder zu ne ja muss ja von dir gekommen gewesen sein du gorilla du Arschgericht und und